Wir haben heute einen Brief bekommen. Von wem? Der Brief kam von unserem Stromversorger. Bekommen wir von dem auch das Gas? Ja. Wozu brauchen wir Gas? Mit Gas heizen wir. So wird unsere Wohnung warm. Und Strom brauchen wir für viele Dinge. Für die Lampen, den Fernseher und den Computer. Das weiß ich schon, Mama. Das stimmt. Aber auch der Kühlschrank und der Herd brauchen Strom. Ohne Strom können wir unsere Handys nicht aufladen. Ohne Strom können wir unsere Handys nicht aufladen. Und wir können keine Wäsche waschen. Die Preise von Gas und Strom erhöhen sich. Die Preise von Gas und Strom erhöhen sich. Davon habe ich schon gehört. Es kostet jetzt doppelt so viel. Das ist viel. Wir müssen unbedingt Strom und Gas sparen. Wie stellst du dir das vor? Wie stellst du dir das vor? Es ist Winter. Wir können doch nicht die Heizung ausschalten. Wir können doch nicht die Heizung ausschalten. Ich will nicht frieren. Aber wir werden die Heizung ein wenig zurückdrehen. Aber wir werden die Heizung ein wenig zurückdrehen. Es muss nicht ganz so warm im Zimmer sein. Im Flur brauchen wir nicht heizen. Und im Schlafzimmer auch nicht. Und wir werden weniger baden. Aber was hat das mit Strom oder Gas zu tun? Mit Gas wird unser Wasser erhitzt. Wir sparen also Gas, wenn wir weniger warmes Wasser verbrauchen. Sollen wir jetzt gar nicht mehr baden? Beim Baden verbraucht man am meisten Wasser. Duschen ist besser. Wir sollten lieber duschen. Ja, das können wir machen. Ab und zu kannst du auch baden. Nur nicht so oft. Das wird einfach zu teuer. Was ist mit Strom? Du hast gesagt, dass wir auch Strom sparen müssen. Ja, du hast es gelesen. Aber wo sollen wir sparen? Aber wo sollen wir sparen? Die verbrauchen nämlich sehr wenig Strom. Das klingt gut. Können wir noch mehr machen? Wir machen manche Geräte nur an, wenn wir sie benutzen. Wir machen manche Geräte nur an, wenn wir sie benutzen. Das klingt gut. Doch aber schalte den Fernseher nur an, wenn du schaust. Doch aber schalte den Fernseher nur an, wenn du schaust. Danach machst du ihn wieder aus. Der Fernseher muss nicht laufen, wenn niemand im Zimmer ist. Okay, und der Computer? Den schaltest du auch nur dann an, wenn du ihn brauchst. Den schaltest du auch nur dann an, wenn du ihn brauchst. Vielleicht liest du lieber mal ein Buch? Ich habe auch eine Idee, wie wir Strom sparen können. Ja, welche Idee hast du? Mama, du lässt oft im Flur das Licht an. Mama, du lässt oft im Flur das Licht an. Wenn du das ausmachst, sparen wir auch Strom. Das stimmt. Ich werde mehr darauf achten. Ich werde noch ein Gerät besorgen. Damit kann man den Stromverbrauch messen. Damit kann man den Stromverbrauch messen. Unser Kühlschrank ist schon alt. Ich schätze, dass der viel Strom verbraucht. Ich schätze, dass der viel Strom verbraucht. Kannst du bitte mal die Heizung aufdrehen? Ich friere etwas. Du hast recht. Mir ist auch kalt. Oh, das ist nicht gut. Was ist passiert? Der Heizkörper ist kalt. Wie kann das sein? Ist es draußen zu warm? Ich schaue mal auf das Thermometer. Ich schaue mal auf das Thermometer. Wir haben nur 2 Grad plus. Dann müsste die Heizung heizen. Dann müsste die Heizung heizen. Sie heizt nämlich nicht, wenn es draußen zu warm ist. Das verstehe ich. Hoffentlich ist die Heizung nicht kaputt. Das wäre schlecht. Im Winter wird die Wohnung schnell kalt. Ich nehme mir eine Decke. Ich nehme mir eine Decke. Dann friere ich nicht mehr. Und ich werde mir einen Tee kochen. Ich werde im warmen Wasser baden. Das wird mich durchwärmen. Vielleicht hat sich das Problem mit der Heizung inzwischen geklärt. Vielleicht hat sich das Problem mit der Heizung inzwischen geklärt. Ansonsten müssen wir unseren Vermieter anrufen. Der muss sich dann um die Reparatur kümmern. Ich kann nicht baden. Warum nicht? Was ist passiert? Das Wasser ist nicht mehr warm genug. Ich werde unseren Vermieter anrufen. Das Wasser ist nicht mehr warm genug. Unsere Heizung ist kaputt. Bitte schicken Sie jemanden. Der Vermieter hat gesagt, dass wir selbst einen Monteur anrufen sollen. Dann können wir gleich einen Termin vereinbaren. Aber der Monteur muss heute kommen. Sonst wird es zu kalt. Ich suche dir eine Heizungsfirma im Internet heraus. Ich suche dir eine Heizungsfirma im Internet heraus. Danke. Ich rufe gleich an. Hier ist eine Firma. Sie sind nicht weit von uns entfernt. Das Telefon klingelt, aber es geht niemand ran. Das Telefon klingelt, aber es geht niemand ran. Es ist schon zu spät. Dann ruf bitte gleich morgen früh an. Dann wird sicher schnell jemand kommen. Die Heizung muss dringend repariert werden. Die Heizung muss dringend repariert werden. Ich mache ein paar Kerzen an. Vielleicht geben Sie etwas Wärme ab. Vielleicht geben Sie etwas Wärme ab. Dann wird uns sicher warm werden. Die Wohnung ist jetzt noch kälter als gestern. Ich rufe sofort die Heizungsfirma an. Wir brauchen Ihre Hilfe. Unsere Heizung funktioniert nicht mehr. Guten Morgen. Warten Sie bitte einen Moment. Okay. Ich habe gerade in den Kalender geschaut. Ich habe gerade in den Kalender geschaut. Ich kann heute Mittag einen Monteur zu Ihnen schicken. Danke. Das ist sehr gut. Sie haben ein Problem mit Ihrer Heizung? Ja. Sie funktioniert nicht mehr. Die Wohnung ist seit gestern Abend kalt. Dann schaue ich mal nach. Wir sind froh, dass Sie jetzt da sind. Ihre Wohnung wird schnell wieder warm sein. Die Heizung heizt wieder. Es war nur ein kleines Problem. Das ist gut. Bitte unterschreiben Sie noch auf diesem Zettel. Bitte unterschreiben Sie noch auf diesem Zettel. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Ein Kaffee wäre gut. Aber leider habe ich keine Zeit. Ich muss noch zu einem anderen Kunden. Niemand soll in einer kalten Wohnung sitzen. Niemand soll in einer kalten Wohnung sitzen. Das stimmt. Vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben. Kein Problem. Das ist schließlich mein Job. Wir haben heute einen Brief bekommen. Von wem? Der Brief kam von unserem Stromversorger. Bekommen wir von dem auch das Gas? Ja. Wozu brauchen wir Gas? Mit Gas heizen wir. So wird unsere Wohnung warm. Und Strom brauchen wir für viele Dinge. Für die Lampen, den Fernseher und den Computer. Das weiß ich schon, Mama. Das stimmt. Aber auch der Kühlschrank und der Herd brauchen Strom. Ohne Strom können wir unsere Handys nicht aufladen. Ohne Strom können wir unsere Handys nicht aufladen. Und wir können keine Wäsche waschen. Aber zurück zum Brief. Was stand darin? Die Preise von Gas und Strom erhöhen sich. Davon habe ich schon gehört. Wie viel teurer ist es? Es kostet jetzt doppelt so viel. Das ist viel. Wir müssen unbedingt Strom und Gas sparen. Wie stellst du dir das vor? Es ist Winter. Wir können doch nicht die Heizung ausschalten. Wir können doch nicht die Heizung ausschalten. Ich will nicht frieren. Ich will nicht frieren. Nein, das musst du auch nicht. Aber wir werden die Heizung ein wenig zurückdrehen. Es muss nicht ganz so warm im Zimmer sein. Im Flur brauchen wir nicht heizen. Und im Schlafzimmer auch nicht. Und wir werden weniger baden. Aber was hat das mit Strom oder Gas zu tun? Mit Gas wird unser Wasser erhitzt. Wir sparen also Gas, wenn wir weniger warmes Wasser verbrauchen. Sollen wir jetzt gar nicht mehr baden? Beim Baden verbraucht man am meisten Wasser. Duschen ist besser. Wir sollten lieber duschen. Ja, das können wir machen. Ab und zu kannst du auch baden. Nur nicht so oft. Das wird einfach zu teuer. Was ist mit Strom? Du hast gesagt, dass wir auch Strom sparen müssen. Ja, du hast es gelesen. Der Preis ist doppelt so hoch. Aber wo sollen wir sparen? Erstmal schauen wir, welche Lampen wir haben. Wir tauschen alle aus, die nicht LED sind. Wir tauschen alle aus, die nicht LED sind. Die verbrauchen nämlich sehr wenig Strom. Das klingt gut. Können wir noch mehr machen? Wir machen manche Geräte nur an, wenn wir sie benutzen. Wir machen manche Geräte nur an, wenn wir sie benutzen. Wir machen uns zur Seite. Darf ich nicht mehr am Computer spielen? Oder Fernsehen? Doch aber schalte den Fernseher nur an, wenn du schaust. Doch aber schalte den Fernseher nur an, wenn du schaust. Danach machst du ihn wieder aus. Der Fernseher muss nicht laufen, wenn niemand im Zimmer ist. Okay, und der Computer? Den schaltest du auch nur dann an, wenn du ihn brauchst. Den schaltest du auch nur dann an, wenn du ihn brauchst. Vielleicht liest du lieber mal ein Buch? Ich habe auch eine Idee, wie wir Strom sparen können. Ja, welche Idee hast du? Mama, du lässt oft im Flur das Licht an. Mama, du lässt oft im Flur das Licht an. Wenn du das ausmachst, sparen wir auch Strom. Das stimmt. Ich werde mehr darauf achten. Ich werde noch ein Gerät besorgen. Damit kann man den Stromverbrauch messen. Damit kann man den Stromverbrauch messen. Unser Kühlschrank ist schon alt. Ich schätze, dass der viel Strom verbraucht. Ich schätze, dass der viel Strom verbraucht. Das kann sein. Vielleicht wäre es besser, wenn wir dann einen neuen kaufen. Ja, das werden wir sehen. Kannst du bitte mal die Heizung aufdrehen? Ich friere etwas. Du hast recht. Mir ist auch kalt. Oh, das ist nicht gut. Was ist passiert? Der Heizkörper ist kalt. Wie kann das sein? Ist es draußen zu warm? Ich schaue mal auf das Thermometer. Wir haben nur 2 Grad plus. Dann müsste die Heizung heizen. Dann müsste die Heizung heizen. Sie heizt nämlich nicht, wenn es draußen zu warm ist. Das verstehe ich. Hoffentlich ist die Heizung nicht kaputt. Das wäre schlecht. Im Winter wird die Wohnung schnell kalt. Ich nehme mir eine Decke. Ich nehme mir eine Decke. Dann friere ich nicht mehr. Und ich werde mir einen Tee kochen. Ich werde im warmen Wasser baden. Das wird mich durchwärmen. Vielleicht hat sich das Problem mit der Heizung inzwischen geklärt. Vielleicht hat sich das Problem mit der Heizung inzwischen geklärt. Ansonsten müssen wir unseren Vermieter anrufen. Der muss sich dann um die Reparatur kümmern. Ich kann nicht baden. Ich kann nicht baden. Warum nicht? Was ist passiert? Das Wasser ist nicht mehr warm genug. Dann ist die Heizung kaputt. Ich werde unseren Vermieter anrufen. Dann können wir gleich einen Termin vereinbaren. Aber der Monteur muss heute kommen. Sonst wird es zu kalt. Es ist schon Abend. Ich glaube nicht, dass heute noch jemand kommt. Ich suche dir eine Heizungsfirma im Internet heraus. Ich suche dir eine Heizungsfirma im Internet heraus. Danke. Ich rufe gleich an. Das Telefon klingelt, aber es geht niemand ran. Das Telefon klingelt, aber es geht niemand ran. Es ist schon zu spät. Dann ruf bitte gleich morgen früh an. Dann wird sicher schnell jemand kommen. Die Heizung muss dringend repariert werden. Die Heizung muss dringend repariert werden. Ich mache ein paar Kerzen an. Vielleicht geben sie etwas Wärme ab. Vielleicht geben sie etwas Wärme ab. Ich hole Decken. Dann wird uns sicher warm werden. Die Wohnung ist jetzt noch kälter als gestern. Ich rufe sofort die Heizungsfirma an. Guten Morgen. Wir brauchen Ihre Hilfe. Unsere Heizung funktioniert nicht mehr. Guten Morgen. Warten Sie bitte einen Moment. Okay. Ich habe gerade in den Kalender geschaut. Ich kann heute Mittag einen Monteur zu Ihnen schicken. Danke. Das ist sehr gut. Sie haben ein Problem mit Ihrer Heizung? Die Wohnung ist seit gestern Abend kalt. Dann schaue ich mal nach. Wir sind froh, dass Sie jetzt da sind. Ihre Wohnung wird schnell wieder warm sein. Die Heizung heizt wieder. Die Heizung heizt wieder. Es war nur ein kleines Problem. Das ist gut. Bitte unterschreiben Sie noch auf diesem Zettel. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Ein Kaffee wäre gut. Aber leider habe ich keine Zeit. Ich muss noch zu einem anderen Kunden. Niemand soll in einer kalten Wohnung sitzen. Niemand soll in einer kalten Wohnung sitzen. Das stimmt. Vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben. Kein Problem. Das ist schließlich mein Job. Das ist schließlich mein Job. Vielen Dank. B weights für einen Kaffee.